Hallo, das Fukui-Ishibashi-Modell ist eine Bewegungsregel für einen zellulären Automaten. Am besten wisst ihr auch schon, was die Regel 184 zu bedeuten hat. Und ihr solltet auch wissen, was ein zellulärer Automat ist. In unserem Fall, das sind unsere Zellen für unseren Automaten. Und wir simulieren mal Autos. Jede 0 ist ein freier Platz auf unserer Straße, jeder 1 ist ein Auto auf unserer Straße. Wir haben zwei Autos insgesamt auf unserer Straße. Kurz nochmal eine Wiederholung. Bei der Regel 148 war es so, dass wir maximal einen Schritt nach vorne gehen konnten. Das heißt, selbst wenn hier das Feld und das Feld noch frei ist, können wir nur bis hierhin nach vorne gehen. Aber das Fukui-Ishibashi-Modell macht das anders. Das sagt, okay, nimm alles mit, was frei ist. Das heißt, wir können das einfach mal kurz durchgehen. Diese 1 hier könnte jetzt nach hier gehen, weil bis hierhin alles frei ist. Und diese 1, die könnte sogar bis nach hier gehen. Also geht einmal hierhin, hierhin und dann bis nach hier. Weil ja dann hier die 1 ist. Kann also so weit gehen. Und der Rest ist alles frei. Und wenn das zum Zeitpunkt 0 war, dann ist das zum Zeitpunkt 1. So sehen unsere Zellen oder unsere Felder zum Zeitpunkt 1 aus. Nur nochmal zur Sicherheit. Diese 1 hier ist bis hierhin gewandert. Und diese 1 hier ist bis hierhin gewandert. Aber nicht zu früh, Freunde. Das ist noch nicht alles. Denn dieser Automat bei der Fukui-Ishibashi, beim Fukui-Ishibashi-Modell, gibt es eine Maximalgeschwindigkeit. Wir nennen sie jetzt einfach mal Max-Geschwindigkeit. Und wir könnten zum Beispiel mal sagen, unsere Max-Geschwindigkeit ist 2. Das heißt, wir können maximal zwei Felder gehen. Das würde für uns bedeuten, wir müssten das hier jetzt nochmal korrigieren. Am besten mit einer Farbe, die man auch einigermaßen gut sehen kann. Wir sind ja hier jetzt drei Felder gegangen, weil wir dachten, bis vorne ist alles frei. Aber im Auto zum Beispiel hat man ja eine Maximalgeschwindigkeit. Die ist jetzt mit zwei vorgegeben. Das heißt, die 1 kann maximal bis nach hier gehen. Und die 1 kann maximal bis nach hier gehen. Das heißt, unser nächstes würde dann nicht so aussehen, sondern das hier wäre eine 0. Das hier bleibt 0, 0, 0, 0. Das hier wird eine 1. Das hier ist eine 0. Und das hier ist eine 1. Und das war es auch schon zum Fukui-Ishibashi-Modell. Das ist eigentlich nicht mal ein Name wert, aus meiner Sicht. Vielleicht sollten wir das hier mal einkringeln, einklammern. Das ist nur die Basis. Und jetzt sagen wir, okay, wir haben eine Maximalgeschwindigkeit, die wir zwar vorgeben, aber ansonsten können wir so viele Felder nach vorne gehen, wie frei ist. Was wir auf jeden Fall auch machen, Entschuldigung, was wir auf jeden Fall auch anmerken sollten, ist, dass es hier auch keine Beschleunigung gibt. Das heißt, wir springen diese Felder. Also unser Auto springt das Feld. Unser Auto fährt nicht langsam an und stoppt dann langsam, sondern unser Auto springt so. Oder halt zwei Felder. Wer jetzt sagt, das ist ja blöd, damit kann man doch kein Auto simulieren. Der kann sich einfach mal das Nagelschreckenberg-Modell angucken. Das ist mehr oder weniger das Gleiche, nur mit Anfahren. Also mit einer Beschleunigungszeit. Okay, das soll es gewesen sein.